Hey Leute, what's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen zurück zu Battlegrounds mit Moonboon. Ich begrüße euch recht herzlich hier zu einem weiteren BG auf meinem YouTube-Kanal. Wir befinden uns in der Tiefenwindschlucht, sind unterwegs mit unserem Braumeister-Mönch, aber wir sind nicht alleine, sondern wir haben heute jemanden dabei, im TS sogar. Hallo, wie ist es? Mooney, hallo! Ja, ich hab mir gedacht, weil ihr ja momentan keine Arena kriegt mit uns beiden, können wir ja wenigstens BG noch zusammen aufnehmen. Und es hat auch jemand geschrieben letzte Woche in den Kommentaren, dass man die BGs ja eigentlich auch mit der Boon-Crew mal machen könnte. Und es ist eine komplett spontane Aufnahme, ihr seht. Wir haben 22.25 Uhr, ich kann schon mal aufhören zu blinken, du machst mich völlig aggro. Ich? Ne, hier mein Minimap-Mönch-Hallen-Orleans-Hallen-Bericht. Haha! Okay. Haha! Genau. Deshalb wundert euch nicht, es ist sowas von spontan. Spontaner geht's gar nicht. Ich hab gesagt, komm, wir nehmen auf. Und der Hüß sagt, okay, und ab geht er, der Peter. Deshalb hab ich auch hier kein Käppi, das ist gerade in der Wäsche, sondern ich hab meine schicke Kapuze von der dunklen Seite, hab ich aufgezogen. Oh, oh, oh. Ich seh echt aus wie so ein Sith-Lord, wenn ich in die Webcam schau. Oder wie so ein fetter Hacker-Nerd, der nachts um drei irgendwelche ... Banken ausröpft. Ne, eben nicht. Das wär ja ein cooler Typ. Ach so. Der irgendwelche, weiß nicht, unwichtigen Rathäuser-Hackseite. So ein Script-Kiddy. Ja, ist ja auch egal. Zurück zum Thema. Wir sind im BG gegen Mirdanfarsens, wie du es ja schön gesagt hast, in deinem BG. Das hat mir total gefallen übrigens. Das war echt lustig. Dankeschön, dankeschön. Und ich hab extra die beiden Flaggen-BGs rausgemacht, Kriegshymnenschlucht und Zwillingsgipfel, damit ich nicht über die Flagge holen muss als Tank. Und jetzt kommen wir natürlich in dieses Drecks-BG-Wurzelt. Ja, ich wollte es gerade sagen. Dann musst du halt einfach die Klobe holen, ne? Lachen sie dich nicht in Ruhe. Man kommt nicht drum herum irgendwie. Was hat denn der Dämonenjäger hier für eine Kleben betrachtet? Bis jetzt hab ich keine hübschen Kleben gesehen. Die überzeugen mich jetzt auch nicht völlig, aber sieht schon einigermaßen okay aus. Ja, der Braumeister-Mönch. Ich hab ja euch letzte Woche gesagt, vielleicht spielen wir nächste Woche DD. Und wie ihr seht, machen wir jetzt nicht, weil es macht mir einfach so viel Spaß als Braumeister. Ich hab jetzt auch schon ein paar Inis getankt inzwischen und so. Und wir schalten, wenn wir das BG gewinnen, hier schutzfrei. Und darauf freue ich mich so megamäßig, dass ich wieder die Bubble hab, wie in Mob damals. Oder auch in WOD hat man sie auch noch gehabt, glaube ich. Die Bubble, ja, klar. Ja, ja. So, ich geh mal direkt durch hier, ne? Ähm, ja, hast du einen Support dabei, irgendwo? Nee, was bist du eigentlich, DD? Ich bin der Dietrich. Ich bin der, ja. Ich bin der Dietrich. Hallo, meine lieben Diener. Du bist, du bist die... Habe ich dich grad betrachtet? Nee, oder? Nee. Ich weiß nicht. Oh Gott, nee, dich hab ich nicht betrachtet. Ich muss da weg. Ja, du stirbst ganz schön hier. Ja, ja. Ja, schön nicht, aber ich stirb. Du siehst aber ganz schön mächtig aus, auf jeden Fall. Ich betrachte dich grad neben dir. Ja, äh. Ich bin voll der Stalker-Flaggenträger. Ich hol die Flagge neben mir, stalke ich die Leute, wie sie aussehen. Aber ich hab einen Support hier. Harkent, er ist, äh, Vergelderparler. Er wird mich bestimmt schön beschützen, während Rapschabrappeschra die Pandarenmine angegriffen hat. Oh, wir haben oben verloren. Was ist da los? Muss ich jetzt durch die Mitte? Ähm, irgendwie sieht Mitte gar nicht mal so gut aus. Ja, aber das kann doch nicht sein, wenn wir oben und unten nicht haben. Ja, es ist, es ist echt speziell. Meine Güte, du. Ich geh jetzt mal hoch. Ja, komm mal zu uns so ein bisschen. Scheiß auf die Mine, Hauptsache wir haben mal den Karren. Ja. Ich hab übrigens auch voll geile Weak-Auras eingerichtet, Leute, für den Mönch. Das wird euch gefallen bestimmt, wenn ich nachher meine Coulouns ziehe. Seht ihr, da hinten kommt schon einer. Jetzt ziehen wir mal unser Gebräu. Seht ihr, seht ihr? Gleich mehr Staffelungen, 40 Prozent. Und die ganzen Coulouns werden alle wunderschön angezeigt hier. Da können die Russenschuhhecken kommen und die Dämonenjäger. Wir sind auf alles gefasst. Auf alles. Oh, wir haben die Mitte. Oh, immerhin. Wie sieht's oben aus? Ich werde hart geschnetzelt. Ich muss gleich mal weg. Oh, die Aura hab ich doppelt. Das muss ich mal entfernen. Ja, ich halte. Ich versuch hier irgendwie noch. So. Ich werde strong gehealed von irgendjemand. Ich benutze mein Artefakt-Scheiß, wenn der noch mal aus mich rauskommt. Jetzt hat. Zack. Sehr schön. Vielleicht können wir es sogar tappen. Oh, da kommt noch mehr Horde. Oh, da kommt noch mehr Horde. Fußwegern ja fucking Horde-Faces. Kommt, 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 kommt. Kommt, kommt, noch Sekünder, Sekünder. Ich weiß nicht, ob ich fighten oder laufen soll. Ja, wie sieht's aus mit dem Heiler? Oh, lol. 10.1133 Stück sind jetzt. Oh, da ist ein Heiler. Okay, ich verpiss mich mal. Ja. Ah, ich kann mich gar nicht verpissen wegen dem fucking Kachen. Der macht mich so lahm. Oh, die Dämonenjäger, die wollen mich. Oh, die wollen mich. Ah, nice, da kommt mir ja Bogul. Kommt mir entgegen. Bogul. Oh fucking Dämonenjäger. A one-on-one werde ich ja wohl hinkriegen gegen dich. Ja. Wobei, es ist nicht mal one-on-one, weil der Bogul mir ja hilft. Gott save the Bogul. Gott save the Bogul. Gott save the Bogul. Da, la, 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 la. Bam, bam, bam. Ah, okay. Ah, nice, Tigerdingsbums. Tigerrausch. Da werde ich hart beschleunigt. Oder auch nicht. Wer ist denn da jetzt bei mir? Ich weiß nicht. Jetzt ist es ein Jäger. Okay. Ich bin jetzt mal tot. Also, Nix haben wir auf drei gekriegt, aber den Karren haben wir geholt. Das ist schon mal top, oder? Das ist schon mal nicht schlecht. Ich würde sagen, das holen wir uns dann aber trotzdem erstmal noch eine Mine. Ja, es wäre mal... Vielleicht den Karren, was kriegen wir jetzt, 300 oder so? Das reißt, glaube ich, nicht raus. 104 auf. Oh Gott, nur 200 haben wir gekriegt. Oh, lol. What a crap. Oh, mein lieber Min. Ja, doch, doch. Will ich jetzt auch so. Der Schurk, jetzt ist er hinter uns. Was macht er jetzt? Zappt er hier den Tainer? Ja, lauf weiter. Nee? Der will doch nur uns aufhalten. Ja, soll doch. Das intelligente Zeitsparen-Dingens-Kirchen. Aber ich opfer nicht einen Spieler, sonst ist er wieder 30 Sekunden weg. Bleib bei der Tainer. Der hat mich auch die ganze Zeit bei der Lore beschützt. Jetzt beschütze ich ihn. Jetzt bin ich desorientiert. Lol. Versucht da mal was zu reißen. Und Tainer lässt mich alleine. Nein, Tainer, wir machen Freunde. Du auch schon mal ein Wichser. Ja, wir holen uns jetzt hier oben, die... Die holen wir uns jetzt hier. Ja, der fuckt in euch rein, ihr Garshing-Dämonen-Wichsers. Also nix gegen dich, ne? Ja, ja. Weißt, wie ich's meinen, wie er ist, ne? Gut, jetzt holen wir oben. Tapp, tapp. MP. Tapp, 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 tapp. Was? Jetzt. Tapp, tapp, tapp. Wo sind die Rune-Spawns? Hinten, irgendwo. So, können wir jetzt die Mitte auch noch halten? Das wäre öptimüll. Öptimüll. Wenn wir beide Basen haben, dann kann ich ja wieder den Karren holen. Das mag sein. Oh, aber die Mitte braucht uns. Die Mitte ist vorbei. Die Mitte braucht uns. Jetzt. Ah, da gehen viele jetzt runter. Äh. Ah, ich... Kein Mensch geht runter. Eine Minute, Sekunde zu spät. Eine Minute, Sekunde? Ist das 61 Sekunden? Ja, das... Nein, Nelche-Kip hat die Mitte angegriffen. Äh, ich hab so richtig. Ich hab so richtig. Vor dem müssen wir uns in Acht nehmen. Der ist gefährlich. Nein, Nelche-Kip. Nehmen wir uns sogar ein 9. Oh, Nelche-Kip. Oder ein 10. Oh, lol. Jetzt haben wir gar keine... Oh, jetzt geht's geflamenlos. Für Heiler und keine Heilung. Echter Hammer. Sprach der, der keinen Schaden macht. Nice, Torea. Bist du ja, mich zu beschützen. Boah, wir haben die südliche Wiene. Ja, eben. Geil. Oben ist die ganze Ali, da geh ich hin. Und da kommt die Horde. Hier kommt die Horde. Warum kann ich hier nichts erzählen? Was macht er da unten? Au! Was ist los? Ich hab' angegriffen. Von einem Fragezeichen. Eine von den drei Fragenzeichen. Oh, die Teppen, äh, die Deffen nicht. Jetzt holen wir uns mal nicht. Langsam. Ja, aber halt's ja, das ist schon gut. Auch wenn wir jetzt den Kahn verlieren. Weil jetzt können wir echt... Gute Sachen machen. Vielleicht könnte ja oben mal jemanden entgegenkommen. Das wär nice. Äh, oder das, ja. Aber wir haben jetzt... Oh Gott, jetzt hat er auch noch einen Healer dabei. Okay, ich versuch zu kommen. Äh, zu erscheinen. Was? Was ist denn da oben los? Ja, das ist aber gut, weil wir haben jetzt alles getappt. Es ist ja ganz selten. Ich bin hier oben und die schmetzeln mich jetzt. Uh. Bäm. Einfach mal mitten in die Fresse rein. Versuch sie mal an. Oh Gott, ich hab keine Light CDs mehr. Jetzt ist dann Ende Gelände. Vielleicht soll ich eher im Zerg bleiben wie weiterlaufen. Ich weiß das nicht. Jein. Ja, das bringt mir viel, wenn du jein sagst. Das hilft mir, mich zu entscheiden. Ich suche das unsere Heiler, darum sag ich das. Ja, hier. Die heilen mich schon. Die sind strong dabei. Aber wichtig ist halt, dass wir unsere... Ja. Mine auch nicht verlieren. Ja, aber ich hab ihren Karren. Und ich lauf, lauf, lauf. Und ich lauf. Und wir haben ihn. Dann geh ich schon mal runter jetzt. Also runter. Wir haben... Wir haben nur eine Mine. Was laberst du eigentlich? Ja, jetzt. Heute hatten wir drei. Fuck, jetzt ist hier nochmal einer. Konnestern, hört mir da her. Aber haben Sie nicht genug? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, jetzt erzähl ich mich hart, ey. Dreckend Dämonenjäger. Die haben hier einen scheiß 10 Sekunden Stun. Naja, nicht wirklich, aber du weißt, was ich meine. 1000 Meter Stunnen 85... 85 Tage lang, wie soll ich es dann? Ja, komm. Ah, one down. Oh Leute. Augenstrahl, Kick. Und wo ist jetzt der Schurker da hinten? Tot. Okay, soviel zu unseren drei Minen. Ja, sobald halt die ganzen Leute kommen, um mir zu helfen, sind die Minen futsch. Ja. Aber es sind zu viele. Guck mal, wie viel bei mir rumpimmeln hier. Ja, eben. Aber es ist schön und gut, aber das... Haben wir die Führung? Yeah, wir haben die Führung. Ich hab's geholt wie jetzt. Wow. Aber auf jeden Fall brauchen wir jetzt noch... Alle Minen verloren. Ja, das ist das Problem, ne? Oh, lau. Flagge oder Mine? Flagge oder Mine? Ah, what a crap. Cool, da ist er ja da. Hat die mittlere Mine angegriffen. Jetzt gehen wir mal hier oben hin. Er ist da bei mir ein Healer. Oh, aber geil. Ein Healer? Tank und Heal greifen jetzt hier ein Shadow an. Mal gucken, was da dabei rauskommt. Und erst mal gave Fiat. Oh, oh, oh. Ich hab ein One-on-One gegen einen anderen Dämonenjäger gewonnen. Nice, geht's, Seth. Das ist ein Schneis wie er ist. Nee, nee, das war echt gut. Das war echt gut, das war gut. Oh, aber das ist dafür nicht so gut. Doch, das ist gut. Das sind wieder tausend andere Dämonenjäger. Nice, ich tappe. Dann tappe, tappe, tappe. Ich hab's. Nice. Oh, sehr gut. Da eröffne ich die Jagd auf den Krieger hier. Komm her, du kleiner Spastenkrieger. Was willst du machen, ne? Denk an die Mine, ne? Ich hab sie schon getappt. Ich kann sie nicht zweimal tappen. Aber es ist keiner da, um sie zu schützen. Was? Da steht doch jemand. Echt? Ich seh da keinen. Da steht, die Anne steht da. Ah, ja. Das stimmt, aber auf der Map sehe ich sie. Ihn auch nicht. Ja, ne, komm, 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 komm. Normalerweise hat mich ja alles um, so ne Scheiße. Fuck, aber jetzt führen sie wieder. Ja, nicht mal lange. Jetzt muss ich halt ein Finish hinlegen mit ihrem Kahn. Aber dann haben wir wieder, keine... Im Moment, doch, ich glaube, das könnte genau passen. So wie gerade eben, dann haben wir am Schluss die kurze Führung. Jetzt je nachdem. Wie lange kostet es noch? 3, 2, 1, oh. So, jetzt gewinnen wir mal in 5 Minuten. Wenn's so bleibt, ja. Wenn's so bleibt, ja. Ah, sie haben unsere Kahn. Oh, fuck, das hatten sie noch nie. Jetzt eskaliert's gleich völlig wie er ist. Oh, mein Gott. Ah, die Arzt kommt gleich überfordert gleich. Du, da ist no, dass ihr hier rumfließt. Du, da ist no, dass er hier so ein Scheiß baut. Müssen wir mal eigentlich rantütteln, du. Mal ein bisschen Gaffer-Theme rum. Oh, ja. Sieh zu, sieh zu. Ich bin so schnell. Wer reitet denn da? Ach, schon wieder Toria. Nice. Oh, ja. Dona und Toria. Oh, aber die haben bald eine Mitte. Der war aber nicht schlecht. Der war gut, gell? Ja, der war echt gut. Nice. Aber wir gehen top. Wir helfen unserem top Mann da oben. Diana hat er geheißen. Er ist auf jeden Fall... Ah, ja, da ist er. Oh, nee. Er hat nur einen Dot. Dort, ja. Aber jetzt haben wir die Mitte verloren. Okay. Wir schlachten noch einen Shadow, der hier rumkimmelt. Okay. Kommt ihr klar? Bis jetzt, ja. Easy. Okay, dann geh ich mal... ...oben helfen. Ja, wir sind oben. Ey, ich meine oben. ...di-di-di-di-di-di-di-di. Fuck, Mann. Ich muss das Päckle heimbringen. Nur Noobs wieder, schreibt René. Mann, René. René. Oh, fuck. Oh, lol. Jetzt kommen sie hier... Oh, Gott. Jetzt kommen sie mir entgegen hier vorne. Echt? Jetzt werden sie aber frech. Aber schau mal, schau mal. Und... Get tapped. Aber wenn ich jetzt droppe und die das Ding zurückholen, dann kriegen die auch Smilewater 200 Punkte dazu, ne? Ähm. Oh, ja. Das ist halt übel. Aber... Nee, wir haben es jetzt... Fuck, fuck, fuck. Haut den weg. Haut den weg. Den Krieger. Wir müssen hier einiges verkaufen. Ja, aber die sind auch schon dran. Ähm. Oh, fucking, fuck, fuck. Fucking, fuck, fuck. Das sind so viele hier oben. Das kann ich nicht. Aber sie haben... Ja, sie haben ihre Loge auch schon verloren. Oh, lol. Okay, aber die haben 300. Ja, eben. Ne, 1300. Ja, eben. Es ist gelaufen, wenn ich da ein Gehörs. Alles hängt von mir ab. Nein. CC und weg. Nein. Oh, wir kommen jetzt auch ganz... Ah, Kamehameha. Noch mal rausgeballert, aber es hat nichts gebracht. Oh, fuck. Fuck, fuck, fuck. Fuck, fuck, fuck. Ja. Alle cooler uns aktivieren. Alles aktivieren. Nice. Da habe ich irgendeinen Dudu CC. Ah. Gott, ich laufe, ich laufe, ich laufe, ich laufe. Oh Gott, es ist gleich vorbei. 38 Sekunden. Ich muss da hin. Ich muss da hin. Ich kann das nicht mehr lange halten. Ich muss da hin. Oh, 1440 haben sie. Komm schon, komm schon. Aber die haben keine Basis. Die haben nichts. Du musst es schaffen. Ich schaff's. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Nein, da haben wir nicht gewonnen. Ich glaube nicht. Wer weiß. Wir werden es sehen. Allianz gewinnt heißt es auf jeden Fall. Ja, aber wenn wir so weitermachen... Es ist Gleichstand. Es ist schon gesagt, Gleichstand. Das wäre eine verfickte Scheiße. Wir brauchen... 12 Sekunden, 12 Sekunden. Guck, 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 guck. Oh, was ist das? Das wäre eine verfickte Scheiße. Ja, wir führen. Wir führen. Wir führen. Wir führen. Ich komm zum Wetter. Oh, ich bin aus dem Spiel. Oh, es ist... Oh, 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 oh. Es ist gerade jetzt fertig. What the fuck? Das ist gekommen. What the fuck? Ich bin total... Ja, Mann. Lol, war das geil. Alter. Ja. Das war ja wohl das beste WG, das wir jemals aufgenommen haben. So spielt man BGs, meine Damen und Herren. Und genau so habe ich es mir vorgestellt. Das war, als ich die letzte Lohre genommen habe, genau so habe ich es mir vorgestellt. Das war geil. Das war wie ein Footballspiel, ne? Ah, das war wie eine Vorhersehung. Ja. Alter, wie geil ist denn das BG gewesen? Ja. Meine lieben Freunde, wenn euch dieses BG gefallen hat und ich weiß, es hat euch gefallen, bitte bewerten es positiv, schreibt einen Kommentar und wir sehen uns wieder das nächste Mal. Übrigens, Hyeres Kanal unten verlinkt. Schaut auch mal bei ihm rein, er macht auch lustige WoW-Videos. Er bearbeitet die sogar so cool. Also ich bin jetzt... Eigentlich finde ich seine cooler als meine. Also schaut mal rein unten. Okay, ich bin der Muni. Ich bin der Hyeres. Und wir sind raus. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank.